Kann man da sagen, Made in Germany ist in diesem Bereich noch gefragt, weil es sind ja wirklich Projekte weltweit. In diesem Fall hat das Königshaus, der Staat, Katarell wirklich ganz großen Wert auf deutsches Engineering und Maschinenbau gelegt und es hat uns sehr geholfen, sozusagen in das Projekt reinzukommen. Unsere Auftraggeber waren Joint Ventures, international mit führenden Bauunternehmen besetzte und die haben dann mit uns die Aufträge gemacht.